Hallo, willkommen zu meiner 50 Abonnentenverlosung. Fünf Leute haben mitgemacht, also fünf Goodie-Bags sind es, also habt ihr jeder gewonnen. Es geht sich jetzt nur noch darum, wer welchen Goodie-Bag bekommt. Hier sind die Goodie-Bags, hier sind die Namen in einer Schüssel, aufgeschrieben auf kleinen Zettelchen. Ich werde mir jetzt immer einen Goodie-Bag nehmen und dann vorlesen, wer diesen speziellen Goodie-Bag gewonnen hat. Ich versuche bis Ende der Woche alle Goodie-Bags gefüllt zu verschicken, sodass ihr das bis zum Wochenende auf jeden Fall haben dürftet. Von diversen von euch habe ich die Adresse noch, weil ich schon mal Tauschpakete und diverse andere Sachen mit denen gemacht habe. Wo ich die nicht habe, sage ich das, dann bitte ich euch, sich kurz mit mir in Verbindung zu setzen, damit ich euch den Gewinn zuschicken kann. So, dann fangen wir jetzt einmal an. Ich nehme als erstes diesen mit der Giraffe und den hat gewonnen, ich gucke mal eben nach, Koro 1981. Von dir habe ich, glaube ich, die Adresse nicht. Es wäre nett, wenn du dich mit mir kurz in Verbindung setzt, entweder über Facebook oder mir eine Mail schickst, und damit du deinen Gewinn bekommst. So, ich lege mir das so zur Seite, damit auch wirklich jeder seinen Gewinn bekommt. Dann haben wir diesen hier mit dem Lucky Low drauf. Und den bekommt Anni. Anni, von dir habe ich die Adresse auch nicht. Gilt das Gleiche, bitte E-Mail oder irgendwie zuschicken, damit du deinen Gewinn auch bekommen kannst. So, der nächste Goodie Bag wäre dieser mit der Spiegelfolie und dem Schwein. Und den hat gewonnen Nienchen. Okay, deine Adresse habe ich. Du hattest mir sowieso letztens netterweise ein paar Sticker zugeschickt, die ich unbedingt gebrauchen konnte. Das trifft sich gut. Dann werde ich auch mein zusätzliches Dankeschön bei dir mit in den Goodie Bag-Gewinn reinmachen. So, dann haben wir diesen hier mit der Katze. Und der geht an Kati Honey Kreativ. Peggy, von dir habe ich die Adresse noch. Auf jeden Fall. Freut mich auch, dass du mitgemacht hast. Dann bekommst du diesen hier. Und dieser mit dem Einhorn steht ja eigentlich schon fest, bleibt ja nur noch einer übrig. Aber die Gerechtigkeit wegen, der geht an Heizy. Heizy wird sich, glaube ich, sehr darüber freuen. Aber ich glaube, ich habe deine Adresse nicht mehr ganz auf dem Schirm. Irgendwo auf Facebook weiß ich. Aber da müsste ich lange suchen. Es wäre nett, wenn du mir die auch nochmal zuschicken könntest. Bei Heizy habe ich schon mal einen Goodie Bag-Tausch gemacht. Oder Überraschungspaket. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat, Heizy immer bei ihren Videos meinen kleinen Kalender, den ich ihr mal gemacht habe, immer am Rand stehen. Das freut mich immer, wenn ich die Videos sehe und dann meinen Kalender sehe. Okay, das war's. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich bis Ende der Woche allen ihren Gewinn zugeschickt habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.